Sie sollen ihre Helikopter in der Fliege verwiesen. Sie sind froh, wo ihre Lärmzentrale ist, und ob sie mit ihren Piloten und Doktoren sprechen können. Sie versprechen nicht viel, das ihnen nicht alles ist. Im Notfall zählen sie nur Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Wir von der Air Rescue schauen, ob sie ihre Erfahrung zurückkommen. Die letzten Jahre sind wir über 44 Millionen Kilometer geflohen, um Menschen in Not zu retten. Das ist 1100 Mal rundherum dort. Mit unserer eigenen Flotte, mit unseren eigenen Piloten, Doktorinnen und 180 Schmerzen arbeiten, sind wir immer für euch da. Air Rescue. Wir machen was wir können, und wir können was wir machen. Mehr Infos auf lar.lu